Es ist noch drinnen, ne? Jasser hat 11, keine 9! Aber ich sehe ihn. Genau. Warte, ich gehe mal, vielleicht kann ich durch Meskel rein. Er nimmt mich an. Doch, 3 Runden! Sagt ihn, 3 Runden kann er absagen. Genau. Genau. Leute, er erzählt gerade, er will unsere Winz wegnehmen. Wenn er hier reinkommen sollte, Leute, ich bitte euch, lasst ihn nicht mal die Winz riechen. Nicht mal riechen, die Winz. Ah, jetzt geht er. Vielen Dank. Ich sehe keinen hier. Fesu ist auch nicht da, Leute. Ich weiß nicht, warum. Doch, Fesu ist da. Aber der matcht gerade, Leute. Fesu matcht gerade. Ja, Patti, Michidi, ist... Wer kommt? Wer kommt? Leute, wer kommt? Leute, wer kommt? Leute, bei wem redet ihr? Leute, ich glaube, seine Anfrage ist... Wir brauchen ein... Den wir rasieren. Ja, ja. Leute, ist Dork noch drin? Alter, Chris. Jetzt sieht man den. Warum sieht man den jetzt? Warum sieht man den jetzt? Das verstehe ich nicht. Der hat dich deaktiviert. Oder... Geh mit Gülow. Das Problem ist, ich sehe niemanden, dass ich mit irgendjemanden gehe. Ich sehe einfach niemanden, Leute. Ria, was gelesen? Ja, ich habe meine Anfrage aus. Ich gucke gerade nicht so ernst, aber ich konzentriere mich gerade. Leute, Maja ist alleine. Ich bitte euch. Hört auf jetzt hier. Hört auf jetzt. Dank ist hier, ne? Dank bist du noch drin? Benzon, wer ist Benzon, Leute? Richard, Richard, wie geht's dir? Wer ist Benzon, Leute? Wisst ihr was? Ich nehm einfach jetzt, ich nehm den hier. Leute, wir bauen ein bisschen Rinse auf, wir machen ihn ein bisschen fertig, aber der, der ist gefährlich, Leute, der ist gefährlich. Komm, hau nicht ab, nimm an. Leute, was ist mit denen los? Was ist mit denen los? Ich glaube, die hauen ab, die haben Angst, Leute, die haben Angst. Dennis, salamu alaikum, Christina, grüß dich. Fakhur, ich schwöre, die Fakhur, Fakhur Eskobor, die haben Angst. Wir brauchen einen, den wir rasieren. Ich seh keinen, Leute, Wallah, das ist das Problem. Das ist das Problem, ich seh niemand. Meinst du, älter, nein, älter, das ist, ich kann nicht mit irgendjemanden gehen. Ich versuch den nochmal, nimmt der andere an, den kann ich an, hab ich gehabt. Ich hab dich gesucht, wo bist du? Mich? Ja. Wo hast du mich gesucht, was ist los? Ich wollte die Spiele, diese wegmachen. Mann, Gasser! Was willst du von denen, der kocht? Der soll doch kochen, es macht doch Spaß, ein Meskel zuzuschauen, wenn der kocht. Ach so. So nicht, weil sich wieder, ich dachte, das ist nicht mehr so. Meskel, Meskel, guck mal, ich bin erst 23 Jahre jung, ja? Ali. Und ich hab da so ein paar Babyhaare, was aussehen soll wie ein Bart. Ja. Und lass ich schon sehr lange wachsen. Okay. Und diese paar Härchen auf mein Kinn, ist ein Jahr her und jetzt sagt er, ich soll das abrasieren. Das nennt man Pflaumen. Pflaumen? Das nennt man wahrscheinlich Pflaumen, wenn es ein echter Bart ist. Bei mir sind das kleine so... Fussel, Fussel. Fussel, ja, kleine Fussel. Ich glaube, ich hab mehr Bauchnabelflusen. Willst du mehr haben, mehr? Mehr? Mehr, mehr. Ich will mehr. Musst du deine Achselhaare rasieren und dann kleben? Der wird so gleich aussehen, ne? Wird kein Unterschied sein. Willst du wirklich mehr jetzt, den Spaß zu sein? Ja, wirklich. Ah, ich hab schon alles Knoblauch, Knoblauch. Nein, nichts. Du musst drei Monate, jede drei Tage einmal rasieren. Immer rasieren. Ich rasier sogar verkehrt, Tessa. Ja, musst du immer machen. Mache ich, geht nix. Ali. Walah geht nix. Ali. Guck. Ali. Ja. Und den Haare? Elhamdulillah. Elhamdulillah unten. Aber auch nicht viel. Guck. Oh. Guck. Du bist noch Jungfrau. Bei Haaren. Bei Haaren. Bei Haaren. Bei Haaren. Bei Haaren. Bei Haaren. Ja, ja, ich mach den kurz. Ich rasier den kurz. Okay. Bis später. Ja, zu viel. Meskil. Meskil, wir sehen uns. Okay, Halil. Bis dann. Bye, bye. Ciao. Ciao. Ja. Okay, wir machen jetzt wieder zwei Runden. Ja. Und danach wir gucken weiter. Aber ohne Bestrafung? Nein, nein, ohne Bestrafung. Bruder, was ist das? Mach das weg. Nimm an. Okay. Haider, bist du noch drin? Haider ist abgehauen nach diesem Bad. Nach dieser Haarschi. Nein, nein, nein. Haider ist drin. Leute, alle zusammen. Alle gemeinsam. Aber hast du gesehen? Das war Meskil voll unangenehm. Der ist abgehauen. Nein, der kocht doch mal. Der kocht. Ja, das ist nein. Machen nur Spaß. Na gut, dann Tsunami. Zab, zarab. Hören wir mal. Okay, das stimmt nicht gut, ja? Okay, okay. Leute, kommt Elfwins. Ich küsse eure Herzen. Elfwins. Bei den letzten 10 Sekunden kurz noch mal snipen, Leute. Bolzalmani, ich küsse dein Herz. Wie geht's dir, Bruder? Angelo. Party. Leute, bei den letzten 10 Sekunden kurz noch snipen. Ja. Säcker, ich glaube auch die snipen. Weil am Ende snipen die alle. Ömer! Im letzten 10 Sekunden. Jetzt! Leute, wenn die jetzt snipen, ist vorbei. Elfwins. Jetzt! Ich küsse dein Herz. Leo! Leo! Oh! Wie war das? Imran! Imran, ich küsse dein Herz. Bei Allah. Luay, vielen, vielen Dank, Leute. Bei Allah. Das ist Team Kamikaze. Kriegen wir noch einen Booster? Haben wir irgendwas bekommen, Leute? Alter! Das sind die Linke. Luay hat Booster. Okay, Luay hat... Okay, sehr gut, sehr gut, Leute. Luay, vielen, vielen Dank, Bruder. Jens aus Clemens, vielen Dank. Imran, vielen Dank. Leo. Almi, Naadu. Bruder! Ja, Sahar, wie viel hast du? 663 Booster? Bruder, wir sind alle. Wir sind eine Armee, Bruder. Wir sind eine Armee. Bruder, du hast gerade zwei Booster gelegt. Ich habe nur einen Booster gelegt. Keinen Booster habe ich gelegt. Wallah? Wallah, du hast zwei gelegt. Ich habe keine gelegt. Oh ja, oh ja, du hast zum Schluss gelegt. Nein, du hast gelegt. Hä, hat der nicht letzte... Oh ja, letzte... Du war doch Booster hier. Ja, du hattest... Du nicht deine Armee? Ja. Ich habe auch einen Armee. Jonas, was ist los? Ich habe auch einen Armee. Kriegsalam. Kriegsalam. Ja. Ok, alles gut. Ich habe gerade mit meinem Chat gelegt. Kriegsalam. Anna! Moody, wenn jemand blockiert ist, entblock ihn bitte. Sahar wurde gesperrt. Wer hat den gesperrt? Jonas, ich weiß nicht, was du meinst. Leute, alle zusammen. Wir haben elf Wins. Luay. 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 Oder wer... Hamad Zain. Hamad Zain. Leg den Booster auf die mal zwei... Ok, Luay. Ok, Luay. 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 Ich lese, was du schreibst, Luay. Luay. Luay, leg den Booster auf die mal zwei oder mal drei. Ok? Oder nein, nein, warte. Luay. Wir machen Hamad Zain. Hamad Zain. Hamad Zain. Leg bitte den Booster auf die mal zwei oder die mal drei. Jetzt schreibt er mir, soll ich. Wenn die anfängt, leg den Booster. Und Leute, da geben wir richtig Gas. Leute, dreimal tippen auf mein Gesicht. Hand weg. Ok. Es ist da. Leute, macht euch alle bereit. Wallah, wir werden ihn jetzt rasieren. Leute, wir haben zwölf Wins. Zwölf Wins. Jeder eine Rose erstmal. Alex. Nein, noch nicht, Bruder. Alles mal fünf. Egal, Leute, alles mal fünf. Egal, Leute, alles mal fünf. Ok, sehr gut, Leute, jetzt alles mal fünf. Leute, alles mal fünf. Jens. Jens, ich küsse dein Herz, Jens. Leo, genau so, Leute, genau so. Alles mal fünf. Ich küsse mal fünf! Michelle! Anna! Genau so, ich küsse eure Herzen, Leute! Jetzt zählt alles, 20 Sekunden, alles mal zwei! Im Raum! Leo, ich küsse dein Herz, alles mal zwei! Tiss, Rami Kazi, Jens, ich küsse dein Herz! Luai, Alex, Christopher! Habibi Luai! Hamadzai, was? Du wurdest gestummt? Von wen? Mudi, wer stummt hier? Wer stummt hier irgendwelche Leute? Mudi, schreib mir, wer hier irgendwelche Leute stummt. Wer ist das? Du kannst das prüfen. Diyarbaba, assalamu alaikum. Mudi, wer stimmt... Ach, du wirst auch annammeln. Du auch? Okay. Leute, ich klär das. Ich klär das sogar. Nein, Leute. Da wird keiner gestummt. Ich habe das gerade schwarz auf weiß. Ich gebe euch mein Wort. Ich habe das gerade schwarz auf weiß bekommen. Keiner ist gestummt, Leute. Aber hier sind viele im Chat. Sarah, nein, nein, nein. Hier wird keiner gestummt. Alles gut, Leute. Alles gut. Leute, hier wird keiner gestummt. Ich gebe euch mein Wort. Ich weiß nicht. Hamadzai, kann sein, weil zu viele drin sind. Probiere immer wieder, Bruder. Aber wirklich, wallah, es wird keiner gestummt. Also nicht von dem Muris, Leute. Erhans. Assalamu alaikum, Bruder. Leute, passt auf, dass sie nicht snipen. Hadid, seine Hand ist immer links und rechts. Das gefällt mir nicht. Er spielt mit Schlüpfer und so. Guck. 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 Hassan, danke schön. Vielen Dank. Noch, wer, wer, Luay, du hast Booster bekommen? Okay, Luay, Leo, Jens aus Clemens, Anna. Ja, TikTok. Was muss Nita? Timran, vielen Dank. Timran, Nadu. Kenny, hallo Kenny, wie geht's dir, Kenny? Leute, ich küssere Herzen bei Allah. Yasa. Ja, Ahlil. Egal, wir sehen uns oder wir müssen mich noch zerstören. Zweimal, einmal. Bruder, komm mal, du musst Fitnessstudio trainieren, trainieren, trainieren und dann kommst du wieder. Okay. Aber ich habe Disziplin nicht hier im Fitnessstudio. Ich gehe fünf Tage, dann ich zahle unnötig, ganz ein Jahr. Ja, dann zahle immer für einen Monat. Gibt's kein Monat. Für einen, ja. Ja, ich sage doch, ich mache für ein Jahr, ich gehe fünf Tage, ich sage, oh, jetzt bin ich Rambo und dann, ich höre auf, ich gehe nicht mehr, ich verliere Motivation. Weißt du, warum du nicht mehr gehst? Ja. Weil du sagst, du bist Rambo. Nein, nein, ich sage nicht, ich bin Rambo, sondern, ich weiß nicht, ich will nicht mehr aufstehen da. Ich denke, du bist Rambo. Oder so. Okay. Ich verliere Motivation. Aber warum verliest du die Motivation nicht bei TikTok? Und bei Training, ja. TikTok macht Spaß. Gute Frage, gute Frage. TikTok macht Spaß, Training nicht. Oh, Bruder, wenn du erst mal im Training reinkommst, wirst du süchtig. Denkst du? Man hat so eine Phase, wenn du die überdinkst. Genau, wenn du die zwei Wochen überschreitest, dann du kannst nicht mehr ohne Training. Okay. Okay, Khalil, wir sehen uns später. Okay, Yasser, wir sehen uns. Mach's gut. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao. Leute, wer beleidigt wen? Leute, ich küsse doch ihr Herz, Mann. Leute, der zwei, drei Tage ist hier immer nur Stress. Leute, ich bitte euch, ich bitte euch, tut mir bitte einen Gefallen, hört auf damit. Ab gestern. Hab gestern. Sarah, Sarah, bist du, Sarah Eileen, Sarah Eileen. Sarah Eileen, tut mir bitte den Gefallen und hört auf damit. Tut mir bitte den Gefallen und hört bitte auf damit. Okay, Leute. Leute, wenn das okay ist, Anna, gut und ihr, macht mal alle einen so und dann alles wieder gut. Eldal, ja, Eldal, auch du, Eldal. Bitte, ich küsse dein Herz. Tu mir bitte den Gefallen. Ach so. Ach so. Luay, ich weiß. Ich weiß, Luay, wir gucken mal, was wir machen können. Luay, warte, wir rasieren, wir rasieren. Wir brauchen noch einen. Äh, 15, 20 Minuten. Luay, was meinst du mit 15, 20 Minuten? Ach so, bist du weg. Okay. Wir können ja dann noch drei Runden, schaffen wir doch. Zwei, drei Runden und um 12, 0 Uhr gehen wir dann mit den anderen live. Also passt genau, Luay. Aber ich brauche einen, der... Ah, wen denn jetzt, wen denn, wen denn? Wisst ihr was, Leute? Nee. Wer ist das? Ibrahim TDI, wer ist das? Salam aley. Aleygum, Salman. Wie bist du, mein Freund? Gut, wie bist du? Ich bin sehr gut. Gut, gut? Gut oder gut, gut? Gut, Marek, gut. Du willst du spielen? Nein, nein, nein. Gut oder gut, gut? Oh, gut, mein Freund. Gut, sehr gut. Du wißt du? Okay. Salam aleykoum. Ich gehe. Ciao. Ciao. Oh, ciao, Salam aleykoum. Was ist das denn hier? Okay, Leute, wo ist Mehdi? Holt mal Mehdi her! Mehdi, wo bist du? Mehdi, 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 wo ist denn der? Mehdi, wo bist du? Ich weiß nicht, wobei er ist. Erhan, einfach nicht ernst nehmen. Wallah, alles gut. Bruder, alles gut. Damir, gleich, gleich. Wir haben ja noch 15, 20 Minuten, Bruder. Da ist er. Leute, wir machen den richtig fertig. Was ist denn mit dem los? Wo ist dieser Mehdi? Warum geht er nicht rein? Hä? Da ist er doch. Nein, ich gehe. Mehdi, ich gehe! Selam عليكم. Wenigke, wasslah? Mahuma, Ziusi, Blyke? Ziusi, Blyke? Ziusi, Blyke, say. العالم bittin' مشاكل معي. Bittin' مشاكل هاي? Hey! Es gab schon ein, zwei Kandidaten, die Anfrage geschickt haben, damit sie meinen Account sperren. Aber die kennen wir beide. Den kennst du auch gut. Du hast ihn privat kennengelernt. Privat, privat? Privat, privat. Wie meinst du? Du saß sogar in seinem Restaurant. Du gegen mich. Was? Egal. Du gegen mich. Was machst du? Ja, Allah, wie meinst du? Mach mit direktor. Beide in einem Nachhinein. Okay. Okay, komm. Du gegen mich. Was? Reden. Ich will nicht viel reden. Da, 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 Habib, da, komm. Du gegen mich. Du gegen mich. Du gegen mich. Da, yallah. Was machte, Falira? Ach, mit, mit, mit Strafe? Natürlich, Haribi. Ich hab mit Ketchup. Zwei Aya, drei Knobloch. Zwei Aya, drei Knobloch. Knobloch hab ich nicht. Eier hab ich auch nicht. Okay, eine Zwiebel. Und du isst auch eine Zwiebel? Nee, ich jongliere mit drei. Nein, du isst auch eine Zwiebel. Ja, klar. Okay, komm. Alle, die hier drin sind zusammen, Cheat. Ja, Leute. Ja, Leute. Leute, Leute, Leute. Macht ihn kaputt. Macht ihn kaputt. Zwei Aya, Ahmad Zain und Luai. Ich sag euch Bescheid. Leute, wir sind da, 1300 Leute. Dreimal tippen, Hand weg, dreimal tippen, Hand weg. Wir fangen so an. Leute, wir haben 13 Wins. Leute, wir werden heute Rekord machen. Leute, dreimal tippen, Hand weg, dreimal tippen. Luai, wer ist noch drin, Leute? Salam. Bertul Kurt. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Leute, kommt. Leute, kommt, kommt, kommt. Passt auf. Leute, die sind gelingt. Die snipern immer. Susanna. Grüß dich. Ach so, eh, Ahmad Zain, du hast keinen. Okay, okay, okay. Luai, du hast einen, ne, Bruder? Imirhan, Salamu alaikum, Bruder. Karli. Luai hat sich vorher... Nein, der hat gesagt, er hat noch 20 Minuten. Ist Luai nicht mehr da? Luai, bist du nicht mehr da? Okay, dann haben wir keinen Booster, egal. Leute, mal zwei. Leute, wir müssen... Jens... Jens... Er ist in 20 Minuten... Ach so, er ist in 20 Minuten wieder da. Okay, Jens. Okay, okay, danke. Leute, erst mal 400 Punkte für die mal zwei. 13 Wins. 400 Punkte für die mal zwei. Leute, 400 Punkte für die mal zwei. King Kong ist da. 400 Punkte für die mal zwei, Leute. Du schaffst. Anna, ich küsse dein Herz. Leute, wenn die mal zwei anfängt. Verlierer, eine Zwiebel. Leute, gleich mal zwei. Ich küsse deine wunderschönen Augen. Wenn die snipern, ist vorbei. Leute, weiter. Weiter. Ich küsse meine Wunderschönen. Und jetzt bin ich... Ich küsse nicht mehr. Ich küsse mein Herz. Ich küsse mein Herz. Ich küsse mein Herz. Er redet die ganze Zeit über mich. Er soll reden. Alles, alles. Liebe zu ihm, er ist nicht anwesend. Lass nicht darüber reden, bitte. Ich will nicht über ihn reden, Bruder. Du musst mir nur zuhören. Okay, ich hab verstanden. Ist egal. Hör auf. Jens aus Clemens. Leute, kommt. Kommt, Leute, kommt! Woher jetzt ein Booster? Woher jetzt... Ey! RIPWA! RIPWA, Bruder, wo warst du, Bruder? Wallah, wo warst du? Ich küsse dein Herz. You have doch my rings. Leute, die werden am Ende snipen. Leute, wir haben 13 Wins. Ich küsse eure Herzen, Leute. 13 Wins. Leute, die werden, die letzten 10 Sekunden werden die snipen. Wir werden auch snipen. Emirhan, Leute, alle zusammen, jeder der hier drin ist, wir werden am Ende auch snipen. Wir haben 14 Wins und der Verlierer wird eine Zwiebel essen, Leute. Leute, alle bereithalten! Alle bereithalten, alle bereithalten, alle bereithalten. Jetzt! Ja, ich weiß, RIPWA, ich weiß. Aber trotzdem hab ich dich vermisst, Bruder. Jetzt, Leute, jetzt! Laura, 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 Leute, 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 Leute. Wuuuuh! Imran! Jens aus Clemens! Bei Allah, Susanna, Leute, das ist Team. Äh, Emirhan, du hast einen Booster bekommen! Anna! Das ist Team! Team Kamikaze! Party! Emirhan! Jens aus Clemens! Imran, Susanna, Laura, Anna, Party! Haha! Ich sag dir dann Bescheid, Bruder! Ich sag dir Bescheid! 14 Wins, Leute, Wallah, unglaublich! Äh, äh, hallo? Ey, ey, das ist viel zu klein! Wallah, bitte, ich hab... Das ist eine Zwiebel! Das ist... Du hast die kleinste genommen, Bruder! Nein! Halini! Meine Zwiebeln, bei Allah, die sind alle so! Bei Allah! Wuhait Ammi, die sind alle so! Trigger, echt? Egal, Trigger! Wir schaffen alles, Bruder! Wir schaffen alles! Bei Allah, wir schaffen alles! Okay, komm, was jetzt? Was macht der Verlierer jetzt? Zwei Knoblauch! Wir wollen dich übertreiben! Jetzt! Irgendwas stimmt jetzt nicht! Du hast dich verändert gerade! Dieses jetzt, 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 jetzt! Irgendwas ist im Busch! Wallah, nein! Wallah, nein! Ich bin heiß! Okay, komm, ein Knoblauch! Eine, ja? Oh, Mundkeule! Was soll das? Hey! Wallah, wie ist die... Okay, alles gut! Ich will ihn nicht... Komm! Komm! Let's go, Leute! Wer war das? Wer war das? Leute, wer hatte nochmal Booster gehabt? Imirhan! 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 Ich küsse dein Herz! Wenn die mal zwei anfängt! Oder sollen wir die zuletzt... Nein, wir lassen zuletzt die letzten 30 Sekunden! Falls es heiß wird, Leute! Leute! Alle zusammen! Dreimal tippen! Hand weg! Dreimal tippen! Hand weg! Dreimal tippen! Alle auf mein Gesicht! Leute! Egal! Lasst das! Dreimal tippen! Auf mein Gesicht! Hand weg! Dreimal tippen! Tippt auf mein Gesicht! Dreimal und Hand weg! Alle zusammen! Seht ihr die Punkte, wie die hochgehen? Äh, Imirhan! Du bist drinnen, ne? Imirhan! Du bist noch drinnen, ne? Imirhan! Du bist noch drinnen, ne? Leute! Die wollen uns die Hüns wegnehmen! Ich küsse euer Herz! Hüns weg! Hey! Hast du... Genau! Es ist gesund, Bruder! Es ist gesund! Es ist! Es ist! Imirhan! Wo bist du? Sarah! Es ist mir egal! Es ist mir egal! Ich habe mit ihm was abgemacht! Okay! Imirhan! Äh... Wenn irgendwas ist, dann sage ich die letzte 30 Sekunden! Jetzt noch gar nichts! Ja? Leute! Aber wenn die mal zwei oder mal drei kommt... Okay, Leute! Jetzt... Die mal zwei... Wartet! Die mal zwei ist da! Leute! Wir müssen das ausnutzen! Wir haben 14 Wins! Macht euch alle bereit! Leute! Bei Allah! Ich brauche jeden einzelnen von euch! Vier Rosen! Imirhan! Ich sage dir dann Bescheid! Ich küsse dein Herz immer noch! Leute! Alles bereithalten! Alles bereithalten für die mal zwei! Alles mal zwei! Keine Gnade, Leute! Er hat jemand drinnen! Er wird snipern, Leute! Er hat jemand drinnen! Vertraut mir! Vertraut mir! Ich kenne! Ich kenne! Simran! Du Ehrenmann! Leute! Kommt! Susanna! Vielen Dank! Sie kommt schon! Bruder! Wallah! Frag nicht! 14 Wins! Leute! 14 Wins! Imirhan! Macht euch bereit! Leute! Macht euch bereit! Wir müssen diese Booster richtig ausnutzen! Imirhan! Imirhan! Bei den letzten 30 Sekunden schmeißt den Booster, Bruder! Und alle bereithalten! Jetzt! Schmeiß, Bruder! Schmeiß! Leute! Alles mal fünf! Alles mal fünf! Rasiert ihn! Wuuu! Jens! Michel! Kommt! Das hat! Emil! Hat jemand wieder einen Booster bekommen, Leute? Hat jemand wieder einen Booster bekommen, Leute? Hat jemand wieder einen Booster bekommen? Wer hat einen Booster bekommen? Abu Yahya! Wer hat einen Booster bekommen? Ich glaube, wer war das? Imirhan hat wieder einen Booster bekommen! Imirhan! Bei Allah! Ich küsse dein Herz, Bruder! Jens aus Clemens! Vielen, vielen Dank! Luciano! Vielen Dank! Stimran! 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 Ich küsse dein Herz! Susanna! Vielen Dank! Barela! Hulk Killer! Ich bin nicht daug! Was jetzt? Was jetzt? Wie was jetzt? Erstmal dein Knoblauch rissen, Bruder! Bruder, du hast keine Chance! Lass mich lieber meine Wege gehen! Nein! Nein! Lass mich im Frieden weitergehen! Bis ich diese Win-Serie habe, dann kannst du losgehen! Jelena, gut! Und dir? Was ist Hugo? Was meinst du denn? Ich weiß! Pass auf! Ich kann noch eine einzige Runde mit dir machen! Eine einzige Runde! Weil ich bin verabredet! Ich will ehrlich sein! Okay! Was macht der Verlierer? Er geht offline! Nein! Ich hab noch was vor! Aber weißt du was? Lass mich weiter einfach! Nein! Ich wollte schnell Nino rasieren! Nein! Ganz kurz! Eine Runde! Da! Eine Runde! Eine Runde! Dann geh! Eine Runde! 15 wins! Wir haben 16! Okay Leute! Letzte Runde! Luay! Halt dich bereit! Leute! Wir rasieren! Duffy! Leute! 15 wins! Dreimal tippen! Hand weg! Dreimal tippen! Hand weg! Dreimal tippen! Hand weg! Dreimal tippen! Hand weg! Dreimal tippen! Team Kamikaze! Wallah! Das ist... Leute! Das ist Team Kamikaze! Genau das! Wir schaffen das! Wir schaffen das! Wir schaffen das! Wir schaffen das! Leute! Die mal zwei oder mal drei ausnutzen! Ey! Dieses Lachen hat mir nicht gefallen! Warum? Ich weiß so... Nein! Wallah! Wallah! Ich weiß nicht wer hier drin ist! Ich schwöre bei Gott! Wallah! Ich weiß nicht wer hier drin ist! Okay! 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 Ich stimme dich wieder! Der hat sich gefreut! Leute! Die mal zwei ist da! 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 Unser Lied! 1200 Punkte für die mal zwei! Leute! Wir brauchen die mal zwei! 1200 Punkte! Leute! 1200 Punkte! Ich küsse euer Herz! Wir brauchen die mal zwei! Lessig! Nardu! Luciano! Okay! 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 Leute! Egal ob er Punkte oder nicht Punkte macht! Wir müssen die mal zwei ausnutzen! Weil wenn irgendeiner kommt! Wenn er snipet ist es vorbei! Leute! Karli! Bruder! Möge Allah deine Familie beschützen! Und unsere ganzen Familien! Allahumme Amin! Leute! Bei mal zwei! Kamikaze! Wir riskieren gar nichts! Alles mal zwei! Leute! Ein Fehler! Laura! Leute! Alles fehlt mal zwei! Kommt! Team Kamikaze! Alles mal zwei! Alles mal zwei! Alles mal zwei! Luciano! Luciano du Ehremann! Leute! Kommt! Jens aus Clemens! Leute! Mal zwei! Mal zwei! Das kann man wegsnipern! Leute! Jetzt zählt alles doppelt! Jetzt zählt alles doppelt! Jetzt! Zehn Sekunden! Snipen wir nochmal zusammen! Leute! Die letzten 15 Sekunden! Äh! Zehn Sekunden! Snipern wir noch Leute! Wir werden Snipern! Wir haben 15 Wins! Und Leute! Letzte 10 Sekunden! Letzte 10 Sekunden! Die letzten 10 Sekunden! Die letzten 10 Sekunden! Die letzten 10 Sekunden! Leute! Alle bereithalten! Jetzt! Leute jetzt! Jetzt! Leute jetzt! Wenn die Snipern ist vorbei! Kriegen wir noch einen Booster? Luciano! Du hast auch einen Booster bekommen! Wir haben jetzt zwei! Es hat uns gefreut! Luciano! Laura! Ali el Ali! Jens aus Clemens! Nado! Emirhan! Vielen, vielen Dank! Wallah! Vielen! Okay! Assalamu alaikum! Es hat uns gefreut! Assalamu alaikum! Okay! Wo ist Nino? Der ist der Nächste! Ist mir egal! Wo ist der? Jetzt sehe ich ihn wieder nicht! Leute! Geh mal ein paar rüber und sagen immer! Der soll kommen! Furgi! Hast du eigentlich auch einen Booster? Leute! Erhan! Leute! Ich brauche! Inshallah! Imraham! Wallah! Imraham! Wenn wir die... 20, 25 wins Leute! Das ist... Alter! Wow! Warum sehe ich jetzt Nino nicht mehr, Alter? Wallah! Er macht mich aggressiv! Er macht mich echt sauer! Warum sehe ich ihn nicht? Warum sehe ich ihn nicht? Warum sehe ich ihn nicht? Vorhin konnte ich ihn sehen! Luay ist da! Luay ist da! Der kommt, Leute! Der kommt! Der kommt! Leute bei Allah, Leute! Ich küss euer Herz! Wir haben... Wie viele Booster haben wir, Leute? Der Nino kommt! Der Nino kommt! Wie viele Booster haben wir? Zwei oder drei? Luay, du hast auch einen Booster, ne Bruder? Luay, du hast auch einen Booster, ne Bruder? Aber ich sehe ihn nicht! Warum sehe ich ihn nicht? Er soll seine Anfragen anmachen! Okay, Luay hat zwei und Dings hat zwei! Imir Han! Er muss seine Anfragen anmachen! Er muss seine Anfragen anmachen! Leute, wir rasieren ihn jetzt! Wir rasieren ihn! Liebe! Assalamu alaikum! Er kommt gleich! Ich weiß! Aber warum sehe ich ihn nicht? Leute, ich bitte euch! Wallah! Ich brauche jeden einzelnen von euch! Bei Allah! Wir rasieren ihn! Wir gehen! Wir gehen! Wir machen das strategisch! Strategisch! Für jede Runde ein Booster! Bam, bam, bam! Wenn es gefährlich wird, zwei! Wenn es gefährlich wird, zwei Leute! Wir haben fünf Booster, ja? Alter! Perfekt! 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 Wo ist der? Wo ist der? Ja, wir haben fünf oder vier! Leute, ich brauche jeden einzelnen! Leute, wir gehen! Wir gehen! Strategie! Alles Strategie! Riccardo! Ja, ich glaube auch vier! Luay hat zwei! Und Emirhat hat zwei! Emirhan hat zwei! Wir haben vier Stück! Furki, hast du auch einen, Furki? Vier! Achso, Emirhat hat einen Booster! Emirhan, ich glaube, du hast zwei, Bruder! Du hast zwei! Emirhan, guck genau hin! Hakim, alaikum salam, Bruder! Wir sind stark, Leute! Wir sind stark! Egal, dann haben wir drei! Immer wenn wir eine Runde gewinnen, kriegen wir! Ja klar, der hat seine Spione, Leute! Der holt seine Spione her, dann gehen die rüber, dann sagen die, dann sagen die Hallo! Dann sagen wir Hallöchen! Dann sagen die wieder Hallo! Und wir sagen wieder Hallöchen! Und dann sagen die Hallo! Und wir sagen dann Guten Tag! Aber wir sagen, Guten Tag! Abwarten! Warum sehe ich diesen Nino nicht? Warte, ich gehe mal zu Meske! Ich gehe mal zu Meske! Ich gehe mal zu Meske! Vielleicht kennt er uns! Komm schon, Mann! Wo bist du? Ich habe meine Anfragen aus! Wer kennt ihn denn? Halil? Halil ist eigentlich... Aber warum konnte ich ihn vorhin sehen? Leute! Meine Augen brennen! Ich weiß nicht! Nimm an, Mann! Genau! Aber durch wen? Ich sehe auch keine Luisa! Ich sehe auch keine Luisa! Darf ich dir folgen? Darf ich dir folgen? Du darfst mir gerne folgen! Kein Problem! Deine Community darf mir auch gerne folgen! Du bist... Du bist ein bisschen... So... Du hast ein bisschen weh! Ich habe keinen Besuch im Blick! Ich habe einfach nur... Ich sage... Ich habe Angst vor dir! Vor mir? Ja! Warum? Was habe ich dir bekommen? Noch nichts! Aber warum... Was soll der dir denn tun, Junge? Man weiß nicht! Luisa, du hast mich echt enttäuscht jetzt! Nein! Du schätzt mich wirklich falsch ein! Ich will die Folgen, aber es geht nicht! Warum geht nicht? Ich weiß nicht! Der nimmt den Blut nicht weg! Weiß nicht warum! Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich? Ja! Schätzme! Denk eigentlich schon... 42! Tschüss! Nein, ich würde so sagen... Anfang 30 irgendwie! Ja, 42! Wirklich! Du bist kein 42! Doch! Ich schwöre! Indianer Ehrenbart! Ey! Du hast geschworen. Was laberst du? Du bist doch keine 42. Doch, Wallah, ich bin 42, Bruder. Ich schwöre auf alles? Ich schwöre auf alles. Ich habe 42 gesagt gerade, oder? Digga, der ist 42 Jahre alt, willst du mich verarschen? Ich dachte, die macht Spaß. Woher weißt du das? Ich habe auch gedacht, ich mache Spaß. Niemals, Yasser. Doch, Wallah, ich bin 42, Bruder. Ich bin mal 42 geworden. Krass, Alter. Alles gute nachträglich. Danke. Zeig mal deinen Ausweis. Was für Ausweiszeichen? Ernst, soll ich hier meinen Ausweis zeigen? Dann wirst du gesperrt, mach nicht. Echt? Nee. Ey, Luisa, dein Plus will nicht weg, wirklich. Verstehe ich gar nicht. Ah, jetzt weg. Ach, Yasser live 11, folgt dem Haus. Soll ich dir jetzt zurückfolgen, oder was? Wie du willst. Ich bin lieber ruhig. Mir folgen gerade so viele Menschen. Ich habe die 250. Wenn du magst, kannst du nicht. Also, wenn mir jetzt noch 1000 Leute folgen, mache ich den Plus weg. Tamam, Britney Spears. Tschuldigung. Ja, sorry, du hast schon 2 Millionen, okay? Tamam, Heidi Klum. Tut mir leid, Britney Spears. Heidi Klum, Tamam. Heidi Klum, Land aus Köln. Nein. Aber warte, eine Frage. Warum hast du Angst vor mir? Ja, weiß man nicht so genau so. Aber sag, gib mir doch einen Grund. Du musst doch irgendeinen Grund haben. Ja. Man hört so Sachen und so. Ja, ich höre auch.